Es ist ein unglaublicher Kampf, der Noël hat es auf das Coming-up gesehen, aber er scheint zu verlieren. Ah nein, er scheint zu gewinnen. Oh, jetzt wendet ihr das Bein im Boden und was passiert, was passiert? Man kann es nicht glauben. Man kann es nicht glauben. Sie haben sich so richtig gern. Der Waldboden ist ja so schön vollstered jetzt hier in dem schönen Herbst. Nicht wahr. Ich glaube, man sieht es gerade so im Hintergrund. Sie sind voll am Kämpfen jetzt. Sie haben jetzt eine zärtliche Umarmung. So haben wir das doch gern. Oh, wunderschön, wunderschön. Und jetzt umarmt er zurück. Wunderbar, wirklich ein Muskelkampf. Findest du das nicht auch? Sehr schön. Aber jetzt geht es wieder zu Tazen. Noël hat sich aufgerichtet. Legt ihn zum Boden, was er sowieso schon war. Und er liegt jetzt selber dort. Oh, jetzt wendet er sich aufgerichtet. Nein, also Gami hat es probiert aufzukommen. Aber er hat es leider nicht geschafft. Äh, unglaublicher Kampf ist das. Unglaublich, unglaublich. Es geht kaum weiter. Es ist los, jetzt machen wir es. Jetzt tut er etwas. Ja, ja, der Noël hat noch probiert aufzukommen. Er hat noch probiert aufzukommen. Er ist, er ist. Jetzt, jetzt, ganz noch am Ende. Ganz noch, ganz noch. Oh, nein, leider zu nahmen. Jetzt kommt aber der Gami wieder langsam. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Er ist oben und Alex ist zu Boden. Unglaublich, was mich da abspielt im Biersfelderhard. Ich bin wirklich, was ich da? Ich bin, wie ich da nicht. Ah, nein. In Biersfelderhard melde mich. Wir sind vom Stand her noch nicht ganz weit. Zwar zwei Meter weiter sind wir. Ja, jetzt an dieser Position. Kamil probiert die Führung übernehmen, er ist nämlich jetzt oben, etwas ganz Neues, was wir noch nicht gesehen haben. Kamil ist oben und jetzt ist es geschafft. Noch nicht ganz, aber Bill braucht es nicht. Er hat den Arm, er hat ihn. Er zieht. Und. Und. Der Kampf ist entschieden. Er ist entschieden. Kamil hat also... Ja. Meldet uns wieder, wenn es sich mehr tut, hier im Moment, äh, im Moment, äh, im Moment läuft der Kampf noch, äh, und es geht vorwärts.